Hallo, ich bin Engwander und ich habe sehr schlecht Deutsch. Mochtest du schlecht Deutsch oder Englisch? Schlecht Deutsch. Schlecht Deutsch, okay. Sehr schlecht Deutsch, aber ich werde probieren. Okay, ich brauche einen Freiwilligen, einen starken Freiwilligen. Ja, komm her. Komm. Okay. Ich habe zwei, ich frage die Lücke. Wie heißt du? Moment, Moment. Hallo. Okay. Nur einen. Jetzt. Später, ich brauche Sie. Okay, ich habe zwei Becher von Aluminium. Kannst du das öffnen? Es ist nicht sehr schwierig. Ja, okay. Was ist in meinem Becher? Jetzt. Nichts? Nichts? Oder was ist denn hier? Etwas, etwas? Was ist hier? Hier, hier, hier? Hier? Ja? Da ist Luft in die Becher. Hier, ich habe eine Vakuumpumpe. Und es nimmt die Luft aus dem Becher. Okay? Okay? Öffnen die Becher. Jetzt. Siehen? Es ist sehr schwierig. Was ist weaker in German? Are you weaker than no? Nichts? Nein. So, nichts kannst, ähm, du kannst nicht öffnen. Was ist in die Becher? Nichts, ja? Druck. Es ist nichts, ja? Aber nichts kannst, macht, nichts. Es ist nichts. Damit, es ist die Luft, außer hier. Es drückt hier, und es drückt da. Es drückt sehr, sehr, sehr starker. Und damit, you are weaker than air, not weaker than nothing. Okay? Aber, jetzt, wir haben die Luft, es drückt hier, und es drückt hier. Ähm, I will put air inside. Jetzt, die Luft drückt aus, und es ist nicht sehr schwierig. Dankeschön. Okay. Was ist denn hier? Luft. Was ist außer hier? Luft. Was passiert, ich nehme die Luft außer, es ausnehmen die Luft, hier. Mit. In die Flasche, ich würde ausnehmen die Luft in die Flasche. Was passiert zum Luftballon? Es geht großer oder kleiner? Großer vielleicht, okay. Okay. Weil, ähm, die Luft an die Ära, nicht Druck in, nur die Luft in die Innehalb, druckt aus. Ähm. Oh, okay. Leicht, ah. Es geht großer, großer. Große, 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 Okay. Was passiert zum Luftballon mit Luft in die Flasche, wieder in die Flasche? Geht es größer oder kleiner? Kleiner. Kleiner? Okay, die Vacuum, hast du das gesehen? Nein, vielleicht. Okay. Die Staubsauger, wunderbar. Die Staubsauger, es nimmt die Luft außer in die Flasche in die Staubsauger, damit es weniger Luft in die Staubsauger als außer die Staubsauger, damit die Luft trug die Luft in die Rohr sehr schnell und es nimmt die Staubsauger in die Staubsauger. Ja. Aber es ist nicht sehr viel Spaß, damit ich etwas anderes probiere. Ich habe ein langes Rohr, hier. Und in Englisch ein Flatt, hier. und ich habe ein Projektteil, hier. Und die Staubsauger, nehmt 10% von der Luft von die Rohr, damit es mehr Luft außer her als in, damit es drückt die Projektil in die Rohr. So, es geht vielleicht schnell, ich werde das probieren. Eins, zwei, drei. Wieder. Eins, zwei, drei. Aber ich habe keine mehr Projekte. Es ist nicht sehr groß. Aber hier mit dieser Wissenschaft und ein bisschen Ingenieren, man kann mehr Spaß haben. Ich habe das gepastelt. Gebauen. Ich sehe hier und es geht. Ich brauche eine andere Freiburg. Okay, komm. Wie heißt du? Finn. Hi Finn. Kannst du hier und nimmst das? Ja? 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 Ja. Don't point it at anything expensive. Um. Ich freue mich. Okay. Das ist doch ein bisschen kaputt. Ich werde wieder probieren. Es ist eine neue Waffe, es ist sehr schwierig. Okay, es ist ein Problem vielleicht. Aber ich habe ein anderer, es heißt ein Vakuumbesucher. Ich habe einen anderen Vakuumbesucher. Und ich frage Niki. Können wir... Stand da? Okay. Bleiben da. Okay. Ich habe ein... Hier. Und bin hier, wir haben... Ich habe... Engineering is good. Okay, so... Actually, if we can come to the front. Come to the front. Das ist besser. Ja. Nehmen das. Und hier. Ich habe eine Maschine. Es geht da. Und forward. Ja. Good. Und keep it straight. Try not to bend. Straight. So straight. Gut. Gerade. Gerade. Das ist besser, wenn es gerade. Okay. Forward, forward, forward. Okay. Okay. Wir werden das probieren. Okay. Voll Strom. Es ist nicht so glücklich. Es ist nicht so glücklich. Und es ist sehr müde. Es ist ein bisschen alt. Und es ist sehr müde. Ich muss es wieder bauen. Ich muss es wieder bauen. Vielleicht... So happy. Okay. Es ist gut. Okay. Okay. Dankeschön. Also, danke für ihn. Vielen Dank. Okay. Danke. 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 Vielen Dank.